Nihau Nihau aus Taiwan, hier in Lukan, dem Tehle Tempelstadt, Ebenichamatsu Tempel, Achtung! Ungefähr ein taoistischer Tempel aus dem 17. und 18. Jahrhundert, vor 300 Jahren. Ungefähr ein sehr beeindruckendes Dach da oben. Sakralbau mit beeindruckenden Holzschutzereien. Und wieder Tempelgaben, Leckereien, die man nicht essen darf. Räucherstäbchen. Duftet sehr intensiv. Hier wird angebete. Mazu mit dem geschwärzten Gesicht wird es hier genannt, durch den Weihrauch sehr dunkel gefärbt. Überall kleine Figuren. Gemalte Holztüren. Hier kann man Opfergaben kaufen. Wieder viele Vergaben lecker lecker. Viele kleine Nebenräume. Und wieder hinaus. Eindruckende Decke. Nur alles Liebe aus Taiwan. Nurkang. 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 Nurkang.